Hallo und herzlich willkommen bei dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Felix und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Du kannst das Arbeitsblatt auf der unten angegebenen Webseite herunterladen und ich möchte, dass du es während der nächsten Videos griffbereit hältst. Am besten ist es wahrscheinlich, wenn du das Arbeitsblatt ausdruckst, dann kannst du während der Videos auf dem Arbeitsblatt gleich mitarbeiten. Bevor wir aber loslegen, hier noch ein kleiner Überblick über das Thema. Wie die Bezeichnung Hauptsatz schon vermuten lässt, liefert der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ein entscheidendes Bindeglied zwischen zwei Kulturtechniken und zwar dem Berechnen der Steigung von Funktionsgrafen und dem Berechnen von Flächeninhalten unter Funktionsgrafen. Der Hauptsatz besteht im Grunde aus zwei Teilen. Der erste Teil lautet wie folgt. Wenn f eine stetige Funktion ist, dann ist die Funktion f mit der Vorschrift f von x ist gleich das bestimmte Integral in den Grenzen a und x von f von t dt eine Stammfunktion von f. Das bedeutet, dass an jeder Stelle x gilt, dass F' gleich f von x ist. Das hier liefert schon diesen entscheidenden Zusammenhang, denn die Kernaussage von dem, was hier steht, ist, dass die Ableitungsfunktion dieser Integral-Funktion dann wieder die Funktion f selbst ist. Also hier sehen wir schon den Zusammenhang zwischen Differenzieren und Integrieren. Der zweite Teil des Hauptsatzes liefert dann eine geniale Formel, die wir beim Berechnen von bestimmten Integralen verwenden können. Und zwar, wenn f eine stetige Funktion ist, dann gilt, dass das bestimmte Integral in den Grenzen a und b von f von x dx einfach gleich der Differenz von F von b und F von a ist, wenn f wieder eine Stammfunktion von f ist. Diese Formel kommt auch in vielen Anwendungen vor, zum Beispiel, wenn wir eine Geschwindigkeitsfunktion gegeben haben und den zurückgelegten Weg ausrechnen wollen. Hier müssen wir uns einfach wieder daran erinnern, dass s in diesem Fall eine Stammfunktion von v ist, denn es gilt ja, dass die Ableitung des Weges nach der Zeit die Geschwindigkeit ist. Also gut, dann können wir loslegen. Starte, wenn du soweit bist, einfach das nächste Video, halte das Arbeitsblatt bereit und ich freue mich darauf, mit dir das Arbeitsblatt zu besprechen.